Packende Ringer Reportage präsentiert von folgenden Firmen. Der Jonny meint. Der Jonny Maroche-Wöldi, langjähriger Trainer der Ringerriege Hergiswil und fundierter Könner der Ringer-Szene, analysiert exklusiv für die Hellenabteilung Zentralschweiz die laufende Saison. Am nächsten Samstag trifft Hergiswil zu Hause noch Freiamt, Willi soll auswärts auf Krieseren und Einsiedle zu Hause auf Schaddorf. Wer gewinnt, der Jonny meint. Jetzt ist Rückrunde überall und gehört für Gewicht. Ich lasse nur zusagegekehrt wegen Vorrunde zur Reistil 57 kg. Jetzt ist Rückrunde und es kehre. Das heißt, die Rückrunde jetzt ist 57 kg. Greco 130 kg. Jetzt ist Freistil und so weiter. Nur 74 kg bleibt. Beides wegen dort haben wir Gewicht und Freistil auch. Das heißt, jetzt ist auch schon ein bisschen mehr mischen für Karten. Eine Mannschaft haben vielleicht 57 kg stärker für Greco-Ringer, aber andere vielleicht dort haben wir stärker für Freistil-Ringer. Der erste Kampf für Einsiedle Schaddorf. Das ist klar. Zu mir muss Schaddorf unbedingt gewinnen. Wer will dranbleiben und will zumindest ganz wenig Chancen haben für Halbfinale, wenn wir gegen Einsiedle verloren. Nachher ist es zu mir hundertprozentig raus für Halbfinale. Nachher muss es für diese vier große mindestens zwei oder drei gewinnen. Mehr ist so aussehen, dass es sehr schwer ist für Schaddorf. Das heißt, dass mir das Resultat der Schaddorf gewinnen gegen für Einsiedle. von Kriessen gegen Willisau. Ich favorisiere dort für Kriessen. Ja, das ist klar. Ich favorisiere dort für Kriessen. Auch schon merken, dass es immer noch ein paar verletz. Und schon ein paar Jünger-Ringer sind. Welche sind immer ein bisschen besser. Aber es ist immer noch nicht gleich stark, wie sage ich vielleicht, wie momentan für Jungen für Kriessen. Aber ich glaube, jetzt Kriessen, der erste 2-3-Kampf muss unbedingt gewinnen. Daher müssen wir sehr bereitstellen, welche Ringen für Halbfinale. Und er wird unbedingt für den ersten Platz haben. Mit Deutschland hat vier, fünf Punkte Differenz gewinnen für Kriessen. Herrgiswil gegen Freihand. Und klar ist schon weiss für vorhunde. Herrgiswil ist relativ hoch verloren. Aber ich hoffe, dass jetzt etwas mental und alles ein bisschen verändert für Herrgiswil. Das ist klar ist, dass die Form immer noch nicht gleich wie vorher. Aber alle schaffen für das besser geworden. Aber ich erwarte einen entspannten Kampf. Und ich schätze, dass es ein bisschen mehr Chance für Freihand gibt. Aber ich sage, vielleicht 51% oder 49% für Freihand. 53% für Freihand, aber 49% für Herrgiswil. Ich ehrlich muss sagen, er muss schauen, dass nächste Woche ein ganz anderer Hergiswil kommt, wie der erste Kampf für die Vorrunde. Für mental und alles ist ganz andere Aussehen für die Mannschaft. Vielleicht gegen Freihand nicht gewinnen. Jetzt ist das Ziel für Herrgiswil dabei, für die erste 4 und wie viel möglich trainieren, hart trainieren. Für die Kondition verstehst du. Er ist nicht gewissen, dass er 100%ig der beste Formgeber für das Wochenende ist. Jetzt ist das Ziel für Herrgiswil. Da beiste ich für die erste 4. Und wenn möglich, wir gehen bis halbfinale haben immer noch 6 Wochen. Und etwas besser machen für die ganze Mannschaft, seine Kondition. Für viele spannende Kampfe warten wir im ersten Kampf. Prognosen für nächsten Samstag sind für Freihand, Kriesere und Schattdorf. Unsere Mannschaften dürften damit dieses Wochenende leer ausgehen. Das meint Jonny. Und was meinst du? Säge uns die Meinung auf Facebook oder YouTube. Stichwort Ringen-Telenapf. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.